vielleicht muss ich ein anderes gebiet mal spielen irgendwie serengeti oder sowas was ein bisschen fremder ist dann ist es vielleicht ein wenig interessanter das ist ja ermüdend neue stufe konnte man noch mal seine stufenpunkte jetzt bin ich gerade mal hier ich schieße mit meinem was soll das sein oktoberfest die denken auch irgendwie es gibt irgendwie bei uns nur ein oktoberfest und haben von den tausenden kleinen kirchweih noch nichts mitgekriegt ok so was ist wenn ich hier auf 100 meter schalte ok 100 meter auf 200 meter 200 meter 300 meter 50 meter ich fange mit 100 meter an und in welchem stand nehme ich denn ich steige halt den hier warte mal ich habe einen ganz rechten stand ne ok dann schauen wir mal wie kann ich eigentlich noch mal anhalten wahrscheinlich mit der rechten Maustaste ne geht nicht mehr lange mehr drauf auch mittel mehr drauf jetzt habe ich was ne nicht ne 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 nachbarn also mit dem joystick kann man da gar nichts reißen da muss man schon mit der maus machen dann ganz feinfühlig das kann fast eine 10 sein das gewirr schießt schon gut aber ich habe irgendwie ein tremor es sind 100 meter 100 meter nur da muss ich mal nachladen 6 schüsse wieviel darf man denn machen ich mach mal 10 ich denke rumgerühre hier bügel ganz übel nicht mal der schießmann macht spaß 50 meter mann 357 reißen kann naja wir bleiben schon dahinter wenn ihr gänse nicht bald dann hole ich euch die mit meinem revolver hole ich euch vom himmel pass auf das geht auch so langsam und das letzte mal noch gedreht müssen die eingestellt so wie sich das gehört ah 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 Ja, das war's. Ah, da schießt nur noch ein Rest hier. Nein, verreist er gerade noch. Mach auch keinen richtigen Spaß hier. Und wie kann ich denn noch? Ich denke da hat er sechs Schlüsse Revolver. Ich habe schon 13 abgefeuert. Was soll denn das? Wo nimmt er die Patronen her? Was soll das? Das ist doch Unsinn. Das ist totaler Unsinn. Blödsinn ist das. Totaler Blödsinn. Oh Gott. Wollen wir mal zurücksetzen. Da ist ja gleich Mods, Mods ist ein Schlagsbild. Welcher zählt von denen dann? Aber der Streuung hat das doch eh keinen Sinn. Wenn wir jetzt mal was gescheite Entfernung, 300 Meter oder so. Boah, 500 Meter geht. Wie soll man denn dann noch was treffen? Aber ich sehe ja nicht mal mehr Ziele, oder? Doch. Wie der rumwackelt. Warte mal. In den Knien. Da wackelt er nicht ganz so, oder? Oh, auch nicht viel besser. Ich täuche euch hingegen. Wie willst du da was treffen? Wie hält man die Luft an? Also ohne ist ja keine Chance. Ich wollte das Handy nicht. Also man muss hier durchgucken. Das ist schon mal klar. Aber wie hält man jetzt die Luft an? Das ist der Zoom. A. Das ist A. Ich bin mal aufgestanden. Dann knie ich mich wieder hin. Das ist ein bekanntes Unterschied, ob ich kniehe oder aufstehe. Hm, bleibt sich gleich. Keine Ahnung, wie man hier Luft anhalten soll. Das ist ein Controller. Das Licht bringt total viel, ja. Die Steuerung ist beknackt. Eigentlich ist das alles beknackt hier in dem Spiel. Dass man das immer besser machen kann. Keine Ahnung. Ich bin ganz froh sein, wenn du die Scheibe triffst. Das brauchst du gar nicht versuchen. Wie kann man die Luft anhalten? Warte mal. Totalium. Da steht doch bestimmt irgendwo. Warum heißt das Tartalier Verlauf? Ja, ist blödsinn. Schießen. Mit Y nützt du deine Waffe nach. Wenn du deine Waffe gezogen hast, drücke LT um in den Zielmodus. Mit RT feuerst du. Du kannst im Zielmodus L benutzen, vorüber gehen, sicher erzielen, solange dein Puls nicht zu hoch ist. Soll ich dann L, das ist der Stick, drücken? Ja, ja. Habt ihr in den Kopf geschossen? Eigentlich müssten die sofort tot sein, aber sind alle immer noch abgehauen. Also ich soll L-Dings drücken. Schauen wir mal. L-Stick. Oh, also ich muss den Left-Trigger und dann den Left-Stick drücken. Soll ich die Luft angehalten? In der linken Hand habe ich jetzt den Controller. Drücke hier verkrampft LT, um dann den Left-Stick zu drücken und dann rechts mit der Hand zu korrigieren. Ach Gott, das geht auch nicht. Also ich muss erst LT, dann rechts korrigieren. Und dann, wenn ich halbwegs drin bin, nochmal links den Stick und dann... Ach so, vergiss es. Vergiss es! Also, der Schießstand macht auch keinen Spaß. Hinlegen kann ich mich scheinbar auch nicht. Ah. Geht nicht. Auflegen kann ich irgendwie auch nicht. Ja, soviel dazu. Naja. Zurück. Da steht dieselbe Zeug wie vorher, oder? Genossenschaftlich verwaltete Forstproduktion. Tja. Man, wie haut mich das irgendwie nicht hier. Es ist so ewig... Ewig, 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 ewig... Bis man dann wieder dahin gelaufen ist. Das macht keinen Spaß. Ich meine, durch den Wald geht ja noch, aber das ist auch schon so lahmarschig. Äh. Was ist das hier? Aussichtspunkte. Da geht es noch ganz woanders. Äh, ich weiß ja nicht. Vielleicht, äh... Spiele ich mal eine andere Karte. Naja, und hier komme ich auch nicht raus. Also, speichern ist nicht. Ich kann hier nur sagen, äh... Ja, wo ist es denn da? Und dann, äh... Am besten über... Escape, 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 Escape... Escape... System... Drück zum Desktop. Aber speichern geht ja nicht. Spiel. Äh, Anzeige. Und dann komme ich halt woanders wieder raus, wenn ich eine Pause machen will. Aber durchlaufen geht auch nicht. Jetzt bin ich ja im Pause-Screen und... Ja. Der braucht trotzdem noch so viel Strom. Also Strom verspendet ihn einfach so. Wenn man eine Stunde Pause machen will. Also, beenden wir mal das. Okay. Ja, seltsam. Musste erst wieder einmal abstürzen. Bevor es nochmal ein Neustart jetzt scheinbar wieder funktioniert. The Hunter Call of the Wild. Und, äh... Naja, von hier Schwelden haben wir jetzt erstmal... Mäh. Bin immer mit zu langweilig. Ich glaube, äh... Ich steh mich mal woanders um. Vielleicht ein bisschen was Exotisches. Wo man sagt, boah, guck dir die Landschaft an. Weil für den mitteleuropäischen Wald muss ich nur vor die Tür gehen. Äh... Tja, soll ich jetzt vorsetzen oder Revier wählen? Ich sag mal Revier wählen. Leiten Lake District. Unbesiedelte Wildnis. Da sehe ich schon mal. Das brauche ich mir gar nicht. Ist DLC. Muss ich extra bezahlen. DLC. Oh. Savanne. Hätte mich gefreut. Irgendwie so ein bisschen, äh... Park Fernando. Das scheint... Was ist denn das dann? Im Vordergrund ein Gänguru? Nee. Äh, ist E.T. DLC. Äh... DLC. 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 Äh... Okay. Das hier Schwelden war jetzt... Einfach mal nicht DLC. Äh, dann habe ich noch Leiten Lake. Wo nimm mal Leiten Lake. Das ist das... Letzte, was ich dann habe. Und... Das probiere ich jetzt nochmal aus. Und wenn mich das langweilt... Habe ich nichts mehr zum Ausprobieren. Und, äh... Ja. Dann tschüss. The hunting game da. Hoffentlich langweilig mich jetzt da nicht so. Hey, Locke. Hey, Locke. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aus dem kann da viel behaupten. Ja, ich, äh, lande jetzt ganz gemächlich. Ich spüre dein erstes Tier auf, wenn Ege ist, Unverwirte ist. Das ist eigentlich genau dasselbe. Erstmal drücke ich A zum Annehmen. Finde eine Spur. Schieß ein Tier. Elegant hier. Verwirte es. Ach, okay. Da geht es direkt zum Meer, aber... Hat er sich denn wenigstens gemerkt, dass ich... Danach, dass das Gewehr will? Ja. Traumend. Dummerweise hat er sich nicht gemerkt, dass ich das Gelb haben will. Äh... Warum nicht, warum nicht, warum nicht, rum nicht, rum nicht, rum nicht, was soll denn dieser Blödsinn? Warum denn das nicht? Nerviges Game. Weil ich soll nicht sagen, nicht schon wieder abgestürzt, das Game. Ah, das nervt. Es ist sowieso schlecht. Es ist irgendwie... Eh nicht fertig. An voller Bugs. Trotzdem will ich jetzt doch... Äh... Hier... Wo war das? Im pazifischen Nordwesten nochmal kurz ausprobieren. Ansonsten kann mich das Spiel halt irgendwie mal gepflegt in der Arschritze lecken. Dann wird die installiert. Fortsetzen. Nun mal, da ist doch gleich eins. Ich glaube, das läuft nicht mehr weg. Eigentlich wollte ich mich ja da unten umschauen. Da... Die Spuren sind schon... Was ist denn das hier für eine Spur? Die ist da hinten. Na egal. Jetzt habe ich das da erlegt. Der humpelt schon wieder so komisch. Hat er sich irgendwie ein Cee weggeschossen oder was? Irgendwann mal. Was habe ich denn da erwischt? Oh, so ein schönes Tier. Oh, ne... Ich habe so ein Hals getroffen. Halswirbel. Na... Ranger... Zwei, vier, drei... Winchester. Da habe ich mich da verguckt. Dann kriege ich mein nächstes Abbau oder habe ich mich da verguckt? Da neben dem Baum. Da? Was ist denn da? Das ist nix. Ein Schwarzwidlhirsch. Ein Brunftschrei. Habe ich vernommen. Na, kann ewig weit weg sein. Oh, da oben gibt's nen Aussichtspunkt. Wollen wir zu dem mal hingehen? Mit Hütte und Zeugern wahr? Na ja, es will ganz mehr. Weil das ist ja gleich da. Hier gibt's ja auch ne Hütte. Ah, na ja. Mehr so ne Scheune oder ein Unterstand. Was ist denn das da? Ich denke ich wieder die selben Waffen. Mein, äh, Klein-Kalibergewehr. Meine Büchse. Mein Revolver. Meine Flinte. Naja. Ach, ja. Hier einfach das Öl oder was weiß ich was das ist rumzulagern. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Was haben wir hier? Das ist ja wie ein Adler. Meinst du ich geh tot wenn ich ins Wasser geh? Was ist denn da für ein, für ein, für ein komischer Film drauf? Hat da in der Öl reingekippt oder was? Und was soll das hier überhaupt sein? Kannister? Nein, sieht gut aus als Wasser. Okay, er hat mir Koordinaten geschickt für irgendwas. Okay, er hat mir Koordinaten geschickt für irgendwas. Okay, dann ist das... Na, es kann mehr. Ziemlich sumpfig hier. Genau. ich will die doch die aktive will ich gelb haben wie oft denn noch guck mal wieder abstürzt dann kann er mich am Arsch schnecken sag ich dir gleich Spiel